kameraden willkommen zurück zur neuen folge spyro und wir werden heute den hafen der dämmerung dämmerung betreten und mal schauen was uns da erwartet ich bin sehr sehr gespannt ich hoffe ihr auch hafen der dämmerung ich weiß wirklich nicht mehr was mich erwartet wahrscheinlich wenn ich das level sehe dann kann ich dann weiß es wieder denke ich hoffe ich aber ich bin mir nicht sicher hat eine dicke knarre der typ du hast auch eine dicke knarre die euch einfach auch alle rein so okay wir sind aber hier und dann sind wir da ich verstehe hier war aber nur noch mal ein leben dieses beachtens was ich leben obwohl ich in letzter zeit so viele verballert habe durch so unterfallen damit auch so und wie viele leben du bist aber schön umgefallen richtig graziös junge weg mit dir okay das war einfach kein problem für den boss beretz die beiden noch sehr sehr gut noch so einer schade ohne probleme hier durchgekommen ja und zählt keiner auf heute ohne spaß kosmos hallo danke dass du mich gerettet hast da kommt man ich bin ein bisschen müde hallo hallo so nicht schießen die frage ist wie wir den die kicke kiste da auch hinten auch noch hier liegt zehn herum hier noch mal wieder zehn auf der straße finde würde ich auch geil finden aber erstmal weiter schauen was haben wir hier ich weiß schon wie wir die kiste aufkriegen kletos 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 die sollten sich lieber vor mir in acht nehmen genau alle sachen gefunden sind wir auch da sind wir einfach zwei sachen hier wir müssen glaube ich zweimal wie ich kann wir können hier durch und jetzt dann einfach laufen einfach laufen einfach laufen genau und dann müssen wir da hinten einfach hin ja alles klar wir müssen zweimal den weg gehen wir müssen ihn einmal mit heruntergelassenen brücke und einmal mit hochgeschubener brücke laufen weil wir nämlich oben drüber noch mal hinlaufen können ok ich denke das hat erreicht so mal schauen laufe 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 ist nicht wahr ist nicht wahr das habe ich gut gemacht definitiv diesmal nicht ganz so eng die kurve nehmen das war besser das ist gut das war scheiße wir sollten wir einfach drüber springen ok probieren wir es noch mal weil die nicht irgendwo ratten die habe ich ja gekillt ich bin ein held ok probieren wir es noch mal diesmal schaffes versprochen pass auf aber hier die kurve aber hier die kurve einmal springen und hier treffen perfekt und hier sind dran hallöchen nur eins blau gold ok danke so jetzt das ganze noch mal mit hochgezogener brücke dass wir da oben hin fliegen können mal schauen was uns da oben erwarten einmal nach oben wieder wunderbar geklappt gut einmal drehen und hallo gut ist auch weit geflogen habt das gesehen hier oben konnte man nur ein bisschen hübsch wirklich hübsch ok heute hier also einfach nur ein bisschen juwelen farm hallo du nicht aber es kam etwas unerwartet tatsächlich aber das haben wir noch gut geregelt junge ok weiter geht's ich wäre wieder für ein zwei ratten dankbar weil grün ist aber nicht so meine farbe finde ich what the fuck ganzen scheiß noch mal mache ich renne einfach durch das mit dem durchschnitt hat ja gar nicht funktioniert sehr sehr gut ja das hat tatsächlich gar nicht klappt bis jetzt wir sind ein schritt weiter so das war kacke wir nehmen wir aber nein aber er kann doch nicht du leck mich am arsch bei 2000 funktioniert so bei ihm funktioniert dann plötzlich nicht mehr oder was da hat sie das funktioniert da hat es funktioniert ach bitte soll das denn der dachler würde jetzt sagen man sieht ja ich bin gerade ziemlich übermüdet hier wohoho 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 dänke ihr blöden arschkrampen weh ohne spaß so das hat nicht ansatzweise gereicht irgendwie haben wir ja eine drache ja drachen haben wir okay der rest ist mir egal die frage ist machen wir jetzt noch nassi noch oder nicht weil jetzt kommen wir nämlich zu nassigen damit hätten wir auch die 200 hier erreicht hier gehen wir noch mal auf gelb jetzt kann uns unsere liebe fehl noch mal eben schnell speichern perfekt und auf zu nassig noch der entfällt wie geil es ist bei zehn minuten aber dann wird es halt eine längere folge ist okay für mich das ist wirklich okay für mich schon in halb für den grillen jawohl da kommt da ja dann machen wir mal eine extra extra große looping um ihm nochmal richtig zu zeigen wir können gleiten hey du bitch na jetzt aber ein bisschen beim schreien guck dir das an ist ja widerlich der typ er schießt mit sachen habe ich gehört okay dann wäre es mal hier die juwelen ein zack 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 hier sind noch die juwelen hier ist noch mal scheiße what the fuck hier ist der typ mit dem schüssel aber ich glaube wir machen die runde erstmal um die ganzen edelsteine hier zu sammeln und die strecke zu verstehen was war hier es ist mega dunkel daran ach so einfach nur eine runde ich verstehe das war schlecht warum schon ich werde ich jetzt zum beispiel der jetzt trotzdem nicht verdammt der axt kam das war jetzt habe ich die katz falsche taste gedrückt ah geil okay das funktioniert halt irgendwie auch nicht so knappe geschichte knappe geschichte haben aber jetzt sie jetzt habe ich ihn what the fuck kommen also gleich kann ich ihn treten junge oh nein das war so schlecht danke geht doch so das war der kann ich damit nicht noch machen nein war schön dass du mich da treffen kann gut zu wissen noch einer ok so da komm mal ran hier guckst du guckst du das alles will ich haben das will ich auch haben wo ich jetzt hier was übersehen ja habe ich hier noch was hier noch war da ist das ok hallo du jawohl geil da war einfach so jetzt gehen wir zu nass dick noch rüber den holen wir jetzt hier so jetzt haue ich die eine rein na vorher nehmen wir hier den ganzen scheiß mit bevor er uns hier einfach wegläuft ne nehmen wir mal den ganzen scheiß mit hier ist die treppe das ist okay für mich man kann hier überall runterfallen da oben ist das an da oben steht da und jetzt schießt er nicht mal mehr jetzt beobachtet er uns einfach nur wie wir diesen weg hier lang gehen das bist du für ein langweiliger spielkamerad dachte du machst uns jetzt noch ein bisschen feuer wobei ich habe auch die grüne die bälle ja schön wenn du das einfach nicht machen würdest wow das war knapp als ich wollte wenn wir denselben weg jetzt noch mal hätte ich ihn anfeuern müssen aber war so was wirklich nicht getroffen dann schauen wir mal ist jetzt aussieht jetzt sind wir das zweite mal den parkour hier und jetzt versuchen wir ihn mal direkt zu treffen das war knapp renn doch nicht weg kleines fügelchen renn doch nicht weg kleines fügelchen harte kurven hier komm schon ich will dich ich will dich jawohl ha du bitch oh das war knapp nein natürlich treffe ich dich himmel darf ich jetzt den ganzen scheiß von vorne machen bestimmt oh natürlich darf ich den ganzen scheiß von vorne machen und kriegst du tönig zu komm schon würde ganz gerne jawohl danke jawohl auch den habe ich gekriegt das war exzellente arbeit so dann direkt mal zu gnasi zurück so kameraden kollege jetzt kann ich hier direkt mit laufen hier weil wir haben jetzt alles eingesammelt wir kennen die strecke so kompon kam also ganz schön knapp aber erst noch zu weit weg die kriegen den kriegen wir jetzt noch nicht da wir müssen noch eine zweite runde mit ihm laufen Ich glaube, den kriege ich jetzt noch nicht. Doch, er wollte unbedingt. Okay. Upsala. So, diesmal aber bitte vernünftig, okay? Alter! Oh! Da! Da runterfliegen, ne? Ist ja wohl ein Scherz, Mann. Wie habe ich das denn jetzt geschafft, ey? Unfucking fassbar. Ich sollte mir vielleicht einen kleinen Moment mehr Zeit lassen bei den Plattformen. Oh, jetzt habe ich die Kurve wieder verkackt. Danke. Nein, oh, zu früh. Jetzt darf ich mit ihm nochmal eine Tour rennen. Hab dich aber gleich. Ich merke es doch. Danke. Gut, aber jetzt. Jetzt ganz bestimmt. Komm ran. Renner, renner, renner. Mal schauen. Ich kriege das noch hin. Ich kriege das noch hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Du möchtest ja unbedingt. Da wollte ich schon wieder abhauen, ne? Hab das gemerkt. So, jetzt aber mit ein bisschen mehr Feingefühl hier. Ach, komm, hör auf. Was soll das? So. 20 Minuten sind um, Freunde. Ich probiere das jetzt so lange in extraaufnahmen, bis ich es schaffe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So, Freunde, willkommen zu, also, Kameraden, willkommen zu Park 385. Schauen, ob wir es jetzt hinkriegen. Jawohl, das hat geklappt. Jetzt nochmal hier rüber. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, da ist er. Und jetzt hau ich dir einfach eine rein. So, das war's, wenn ich bin. Das hat eine reingehauen gekriegt. Ja, ich tue es, Mark. Hm. Hm. Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gno? Tja, Nasty Gno, der ist Toast. Also, heißt das, er herrscht wieder Ordnung in Drachenrein? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. So, ich würde sagen, äh, wir b****n da. Ey, b****n hier. Oh, warte mal, wir können, ähm, die Credits sogar abnehmen. Das Abenteuer geht weiter, aber nicht für uns, denn wir müssen hier jetzt tatsächlich einmal Feierabend machen. Oh, warte mal, den, den hier kennen wir noch nicht. Magnus. Nasty ist jetzt Geschichte. Und, was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Hm, immer diese 100%-Sache, ne? Aber, äh, das machen wir nicht, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Und, äh, ich hoffe, euch auch. Und ich bin schon sehr gespannt, dass wir das nächste spielen werden. Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Also, wir sehen uns. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.